Ich bin Gösta. Ja, ich heiße Friederike. Ja, ich heiße Friederike. Wir sind sehr glücklich. Surtout, wenn man nichts zu sagen hat. Das ist in meinem Fall. Ich bin mit einer Interview surprise, wo der Interviewverte nichts sagt. Wenn ich nichts sage, ist das egal? Nein, überhaupt nicht. Ja, das ist schon? Nein, nicht noch. Ich werde dir das, wenn es geht. Ja, ich bin Stefan. Pascal González. Ich bin mit dem Kanzler. Ich bin mit dem Kanzler. Ich bin mit dem Kanzler. Frank Poitrino. Avento Sum. Ich bin mit dem Pupitre Tractopel. 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 Ich bin der Pupitre Tractopel. Ich bin Abel Rohrbart. Ich bin Abel Rohrbart. Ihr聴itet euch, das? und ich weiß, dass es noch ein bisschen viel zu machen, weil es noch ein bisschen viel zu machen, wenn man etwas interessantes macht. Es gibt auch die Kollegen, die sich viel zu leisten, um die Technik zu machen, und dann, die Menschen nicht mehr zu machen. Untertitelung des ZDF, 2020 Une leçon de mise en lèvre, la mise en lèvre idéale après une difficile journée d'enregistrement. Déjà, des étirements, des étirements dans tous les sens, vous soufflez violemment dans l'instrument pour réveiller la cage thoracique et les muscles qui l'activent. Et après, très concentré, en faisant le vide de vous-même, vous faites soigneusement quelques notes délicates. Vous êtes en lèvre. Bonjour, je m'appelle... Non, 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 c'est fini, monsieur. Allez, faites voir !